Ich bin der Dude. Und so sollten sie mich auch nennen. Ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder Duder... ...und fünfe Gratis einlassen. Genau. Ja, und deshalb wird es, jetzt kommen wir zur Ankündigung, diesen Samstag, den 9. Juni ab 17 Uhr einen Livestream noch gemeinsam machen. Und zwar, ich weiß, es ist Fußball, EM und Deutschland spielt, aber nicht alle Leute sind so versessen, das unbedingt zu gucken. Ich meine, ich würde es mir auch angucken. Ich werde das Ganze so einrichten, dass ich für alle, die sich interessieren, diesmal im Livestream-Bild einen Live-Ticker, einen Ergebnisticker einblenden werde für euch alle, damit wir das nachverfolgen können. Ich werde mir hier in meiner kleinen Stube den Fernseher etwas rumrücken, dass ich nebenbei so einen kleinen Blick drauf habe, auf das ganze Geschehen. Ja, und zwar, meine neue Internetleitung steht ja jetzt inzwischen, das heißt, den Stream gibt es in wesentlich besserer Qualität. Ich werde das Ganze auf jeden Fall auch nutzen, diesen Stream, diesen Samstag, um mal ein bisschen Technik, alles mal ein bisschen zu testen, ein bisschen rumzuspielen. Wir werden mal eine Runde Payday zusammen versuchen, diesmal. Da könnt ihr mitmachen, wenn ihr wollt, insofern ihr das Spiel bei Steam habt. Und auch Call of Duty 4, also Modern Warfare, werde ich auch mal kurz antesten, vielleicht noch ein bisschen Minecraft. Und ansonsten ganz viel Days, Day Z, den Zombie-Mod. Den wird es natürlich auch wieder ganz viel geben. Ja, zur Info noch für meine Abwesenheitszeit, also vom 15. bis 25. Juli, äh, Juli, Juni, diesen Monat. 15. bis 25. Wenn ich nicht da bin, insofern mein PC das mit, ja, insofern er Lust hat, werde ich etwas vorproduzieren und schon mal hochladen für euch in der Zeit, dass dann so jeden zweiten oder vielleicht jeden dritten, muss ich mal gucken, wie viel ich schaffe, jeweils immer jeden zweiten, jeden dritten Tag spätestens ein Video freigeschaltet wird, damit ihr in der Zeit ein bisschen was zu gucken habt. Ja, ansonsten, was war noch? Ich glaube, das war es eigentlich schon. Ja, morgen Livestream, 9. Juni, ab 17 Uhr finden wir uns ein, treffen wir uns ein. Wie jeder, der Lust hat, der jetzt nicht unbedingt vom Fernseher sitzt, Fußball guckt, später, davor, danach, wie auch immer, ähm, ja, ist herzlich dazu eingeladen. Ähm, Gäste speziell haben sich jetzt noch keine angekündigt, also bis zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, steht da jetzt nichts fest, also werde ich das wahrscheinlich alleine machen, aber ich denke mal, mal gucken, lassen wir uns einfach überraschen, würde ich sagen, ne? Gut, Leute, dann sehen wir uns, ja, was haben wir jetzt? So, jetzt ist ja schon der 9.06. 0.30. Sehen wir uns in 16 Stunden und 30 Minuten, würde ich sagen. Ich habe noch ein bisschen was zu uns zu bereiten hier mit meinem kleinen PC, der macht mir schon wieder Ärger hier. Da muss ich noch ein bisschen kämpfen mit dem, aber das kriegen wir schon hin. Den werde ich schlagen, den Jungen, dass der mal um 17 Uhr funktioniert, oder wie spät ist es. Na gut, dann sehen wir uns. Bis denn, gehabt euch wohl, euer Dude. Tschüss! Wir sehen uns. Vielen Dank.